Guten Morgen! Was steht denn heute so auf dem Programm? Großes Kino für die Kleinen. Wir verkürzen die Zeit auf die Bescherung mit... Der tapfere kleine Toaster. Mrs. Brisby und das Geheimnis von Ming. Der kleine Vampir. Das ist das Schönste, das ich in meinem Leben gesehen habe. Die Österreich-Premiere. Bobby und die Geisterjäger. Und Chitty Chitty Bang Bang. Möchtet ihr das mal auf? Jetzt ist es soweit. Warten aufs Christkind. Am 24. Dezember ab 6.10 Uhr. ATV 2